Dass Hochschulen sich am Bedarf der Wirtschaft ausrichten, kommt schon mal vor. Bemerkenswert ist, dass sich die Fontys-Hochisch-Roll-Fenlo sehr bewusst auch am Bedarf deutscher Firmen orientiert. Für deutsche Studenten sind wir die letzten Jahre sehr bekannt geworden, wegen der guten Ruf, den wir haben bei deutschen Unternehmen, aber auch bei deutschen Gymnasien und Berufskollegen. Wir finden es wichtig, dass die Studenten in der Hauptphase des Studiums miteinander zusammenarbeiten, sowohl niederländische Studenten als auch deutsche Studenten. Und damit werden sie auch vorbereitet auf Geschäfte machen mit der anderen Seite der Grenze. Ein Beispiel von einem Thema, das wir mit dem Unternehmen abgestimmt haben, ist das Thema Zoll. Es ist sehr wichtig, dass unsere Logistikstudenten zum Beispiel Ahnung haben von Zoll-Sachen. Was hier passiert, ist, dass die Container, die in Rotterdam ankommen, werden transportiert hier nach Venlo und hier werden die Zollpapiere in Ordnung gebracht. Unternehmen haben einen Bedarf von Leuten, die Ahnung von dieser Sache haben. So in Zusammenarbeit mit den Unternehmen und dem Steueramt haben wir ein halbes Jahr Duane-Unterricht entwickelt. Wenn man den Markt sieht für Arbeitsplätze im Bereich Technik und Logistik, dann können die Studenten, die hier das Studium absolviert haben, fast wählen aus verschiedenen Angeboten. Das ist ein Luxus, das nicht jeder Segment hat. das ist ein Luxus. Und das ist ein Luxus. Das ist ein Luxus. Vielen Dank.